Hallöche meine Lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator Megaprojekt, den Anführungszeichen, weil Namen haben wir ja noch nicht mit den ganzen Leuten, sag einfach mal Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss. Okay, du bist raus. Alles klar. So, nee, jetzt geht es weiter und ich habe gehört, dass... Warte, ich glaube Chris ist gar nicht da, oder? Doch, 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 doch. Ich habe gerufen, ich bin da. Chris ist da. Total vertieft hier im Spiel. Und ich feile gerade ein wenig, weil ich so aufgeregt bin. Und das Förderband. Ja, ich meine. Wenn ich dann nicht zwei Meter weg, dann wird das nichts. Jetzt stell dich vor, jetzt stell dich vor, Mann. Wie will ihr durch den Wald hier? Ich habe gehört, ich soll meinen Kanal vorstellen und ja, ich bin der Bauer LP quasi, mache Let's Place auf meinem Kanal, unter anderem Landwirtschaftssimulator und auch andere Simulatoren wie Euro Truck Simulator, habe ich bis vor kurzem noch gespielt, was im Moment ein bisschen pausiert ist und ja, relativ viel Minecraft eigentlich. Minecraft und ja, habe dafür sehr viel Spaß und ja, im Vordergrund ist natürlich so ein bisschen halt den Kontakt zur Community, zu den ganzen Leuten, mit denen ich, sag ich mal, Projekte mache, dass man da halt ja ein gutes Verhältnis hat, um halt irgendwie so coole Sachen wie sowas hier jetzt zustande zu kriegen. Ja, und da haben wir gerade Geld gekriegt und ich bin auf dem Weg zur Reederei. Ja, was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Du redest gerne. Ich rede gerne und das auch sehr, eigentlich sehr viel, genau und bin jetzt schon seit anderthalb Jahren dabei. Was war das denn? War das jetzt lustig oder was? Ein Baum im Baum, ja. Ach, die sind immer noch, immer noch an den Bäumen unten? Die sind immer noch da. Wie geht das, den Baum hier hochzudrehen? Und große Sämaschine, yeah. Nur bei mir auch den Kanal hier zu sehen. War das denn, Unic Content oder was? Ja, ich versuche bei den Baum hier zu verändern. Ja, worauf ich das sage, ich mache mal den anderen Omni. Ja, ich tue keinen Schnittkuhl bei mir hier, beschissenerweise. Musste umsägen. Ich glaube sogar, dass Bäume fällt auch noch ein bisschen... Ach, jeder hatte ja eine Kettensäge, ne? Ist ja cool. Ja, ja, das ist aber noch ein bisschen buggy im Multiplayer, habe ich bemerkt. Ja, das war immer so ein bisschen buggy im Multiplayer. Aber mit dem Eurotrack-Simulator hast du denn, also wir haben ja aufgehört zur Zeit, also bei uns im Kanal ist er auch pausiert, weil dieses riesengroße Sicherheitsmittel ist natürlich so ein Thema, ne? Finde ich, das ist, also deswegen spielen wir ja zur Zeit auch nicht. Was wir mir gegeben haben, um halt mehr Geld zu bekommen. Ach! Cool! Dass man das halt so ein bisschen kombiniert, gerade weil das halt auch ein Singleplayer-Projekt ist, was halt ein wenig, sag ich mal, einseitig ist, wollte ich das halt so ein bisschen bestücken mit der Community halt zusammen, dass ich da nicht nur alleine irgendwie was quatsche, sondern halt die Leute, die halt zugeguckt haben, auch so ein bisschen mit einbezogen habe. Komm, sehr gut da. Hast du auch so die Russen-Map gespielt oder nur die TSM-Map? Die was? Die Russen-Map oder auch nur die TSM-Map? Äh, eigentlich nur die TSM-Map, beziehungsweise ich habe einmal ganz kurz noch eine Scania-Map angezockt. Eine Scania-Map. Hi, Toni. Hallo, Toni. Ja, mitten in der Aufnahmeerei gespielt. Hallo, Toni. Ah, das kennen wir von mir. Bitte gerne. Jo. Schlaft. So, jetzt gibt's wieder Geld, Leute. Jetzt gibt's Geld. Ey, ich hab mein Feld 38 endlich fertig. Wo, wie und was soll denn was gesät werden? Geld. Geld. Geld incoming. Do it, Nessi. Do it. Geld, Geld kannst du das Wasser sehen. Wo ist das Wasser? Geld sehen. Soll ich das mit den Haaren sehen? Ja, mach das mit den Haaren. Moment, wie war das? Kai, das Wasser, Kai, das machen. Wo siehst du denn das mit den Haaren? Keine Ahnung. Also Feld 38 ist auch mit Haaren gesät. Mach Feld 24 mal mit Haaren. Ich hab hier direkt Saat, glaube ich. Ich brauch gar kein Geld gegrubbert. Nee. Aber Feld 29 ist noch leer. Jo. Feld 29 ist schon sehr fertig. Ja. Willst du noch deinen Trecker mitmachen? Das war geil. Erntet mal hier. Los, ernten, ernten, ernten. Ich will hinterher grubbern. Ich nehm gleich den Trecker mit. Ja, ich bin weg. Keine Sorge. Ja, da können wir ja eigentlich hier Schwatterlager anmachen, ne? Jo. Dann sind wir da, ähm, einfach alle mit dem Ladewagen. Können wir das noch ein bisschen weiter? Da sollen wir mal ein bisschen gucken. Ja, aber ein Ladewagen ist noch ein bisschen Gras. Ja, in Gras. Ja. Ich bin leider nicht am grünen Haufen vorbeigekommen. Was hält er denn davon? Wir können ja mal eins machen. Ein Ligere Zugenschauer. Ihr habt ja bestimmt schon jetzt langsam so Ideen für unser Name gepostet. Hoffe ich ja. Gehe ich von aus. Das ist mir geil. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar, was wollen wir als nächstes kaufen? Könnt ihr mal bestimmen? Alles. Nichts. 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 Das habe ich letztens bei mir in den Kommentaren auch gefragt. Und als Antwort kam alles. Dann soll ja wieder mit gar nicht ein wenig Geld. Und dann, ja, irgendwann habt ihr genug Geld, damit ihr euch alles leisten könnt. Das ist aber auch gemein. Nein, er hat die große und du die kleine. Ja. Ich, weißt du, ich mache ja die zwei großen Felder fertig, weiß, mit dem kleinen Teil. Und der packt ja gleich mal das große aus, also. Was macht ihr denn gerade? Wieder der Vergleich. Wieder der Vergleich. Ja. Ihr seid am säen. Der Spurreißer funktioniert gar nicht, richtig Jäger. Ihr seid am säen. Voll beschloss. Da haben wir die Augen aufgemacht und sehen ja nicht das. Aber ich kann dir gleich auch noch einen großen kaufen. Ja, ich habe meine kleinen Echstern hingestellt. Die will ich nicht mehr haben. Ich würde überlegen, wie lange wir gebraucht haben, den ersten Tag Geld zu machen. Und wie weit wir jetzt schon sind. In einer halben Stunde gefühlt. Schon voll profis. Gefühlt. Nein. Die kleine Kante kaufen, die habe ich abgestellt. Die will ich nicht mehr. Die schaue ich nicht mehr an. Sie ist so beleidigt. Ja, hallo, du hast gleich mal hier doppelte Breite wie ich. Ich habe auch mehr PS. Der hat auch mehr gearbeitet. Das steht bei den Leitenträckern. Echt haben wir? Ja, haben wir. Mein Trecker hat schon Bäume weggeschoben. Ja, also hast du dann aufgetübt. Ja, ich habe in der Zeit schon zwei Felder gemacht. Chris, ich glaube, Chris, so hat es sie. Ich habe die zweite gekauft. Sie steht am Händler. Oh yeah, cool. Dann geh. Gerne, gerne. Machst du gleich von der anderen Seite. Dann stoßen wir irgendwann in der Mitte zusammen. Ja, ich muss sie erst mal abholen. Machst du die Zeit mal ein bisschen runter, Kai? Wie bitte? Die Zeit ein bisschen runter. Alles hell ist es bitte. Geht ein bisschen zu schnell. Ich übergrubber das, was ich gerade angesehen habe, schon wieder. Das wächst schon. Ja, das ging mir gerade genauso. Nee, lass uns mal einen Tag machen, weil ich finde immer blöd in Aufnahmen dunkel, weil es ist so blöd zusammen. Ja, komm. Machst du Licht an. Machst du Licht an. Boah, ich glaube, ich habe mich dran leicht verfahren. Ja, ehrlich, ich... Ich... Im Dunkeln, Screenshots, ich hätte in NS13, dass ich diesen Mod, das ist richtig arschdunkel, ne? Ja, das war richtig geil. Wenn du da mit dem großen Drescher unterwegs warst, dann die Arbeitslicht an. Du kannst doch nicht einfach so den Bergen runtergehen aus. Klar, oh, da kommt der nächste. Was ist denn los, Alter? Digga, entspann dich mal. Großverkehr links musst du bringen. Voll Business hier. Ja, ich bin... Ja, haben wir eigentlich links oder rechtsverkehr? Ja, hier ist richtig der Action. Action. Ach, hinter mir ist auch schon der nächste, oder? Ja, klar. Ja, ich schiebe gleich von hinten. Ich kann eben so viel überwender Träger. Ich habe jetzt mal einer hier mit dem Ladewagen. Nach unten gepackt. Ich komme gleich mit dem Ladewagen. Haben wir den Ladewagen überhaupt schon? Ja, am Hof. Aber da ist noch Gras drin. Die Tor ist nur zwei Folgen lang mit dem Ladewagen durch die Gegend gefahren. Und hat Gras zusammengesammelt. Nein, wir haben keinen Ladewagen. Ja. Habe ich doch gehört, dass wir keinen Ladewagen haben. Extra den warmen Blinker. Wir haben einen Ladewagen. Ja, ich hole ihn ja schon. Aber ich muss ja erst das Kass rechnen. Nicht gerade erfahren. Das kannst du aufrauchen. Ich habe keinen Timer, ne? Ja, wir sind gerade bei neun Minuten. Ja, der Chor, der hat doch alles hier. Der hat doch auf dem Bildschirm hier das auch. Hier Profi lässt grüßen. Fühlig. Voll Profi. Brauch mal Abfahrer, weil ich habe 95 Prozent. Der sitzt bestimmt in... Der WAP-Fahrer ist doch abgefahren. Au, al, be. Kommst du her und fährst mich ab? Nein, nicht nicht. Kommst du her und fährst mich ab? Auf der 24, äh, 29. Ja, ja, ja. Ich bin unterwegs. Gut. Wollen wir gerade gucken, was gerade am steigen ist. Was hast du denn da überhaupt? Gerste Weizen? Ich habe das mit dem Schadenhahn dran. Ja, das ist ja alles klar. Weiß ich Bescheid. Aber wobei das schon geil wäre, wenn man in so einem richtigen Studio sitzen würde zum Aufnehmen. Wird schon schocken. Und was? Wenn man in so einem richtigen Studio sitzt, mit so einem richtig geilen Mikrofon und überall alles gedämpft, dass du so richtig geiles Sound hast. Ich habe so ein richtig geiles Mikrofon. Und der mit mega geilen Mischpult und so und alles direkt abmixen. Also scheiße, das wird schon rocken. Das habe ich auch. Abmixen. Abmixen. Mixen? Ich mag das irgendwie, diese technischen Spielereien irgendwie. Ja, das ist ja auch das Ganze. Deswegen traue ich mir bald auch hier ein Mikrofon und verkabelt das mit 10 Millionen Kabel am PC, damit ich alles direkt abmischen kann. Bloß um damit rumzuspielen. Warum wäre es denn jetzt vor, Bauer? Ist dir langweilig? Ja, ich dachte, dann verteilt sich das ein bisschen auf dem Anhänger, weil ich nicht so viel Last auf einer Seite habe. Aber hier fassen Sie auch anständig Saat rein, Alter. Du bist schon ein richtiger Fuchs. Ja. Nur 5% verbraucht auf der Hälfte des Feldes hier. Ja, ich habe ein Feld mit einer ganzen Ladung geschafft gerade noch. Habt ihr die Animation noch nicht gesehen auf den Anhängern? Ja, die wird im Multiplayer nicht so richtig gesehen. Ja, ich weiß. Ja, Multiplayer buggt die noch ein bisschen, aber mit Singleplayer ist gehe ich gut zu. Welche Animation? Achso, dass die Plane nicht gleichmäßig steigt. Ja, genau. Ja. Es sieht aber ein bisschen komisch aus, finde ich. Ja, aber ich bin da schon gar nicht mehr so schlecht. Ja, besser als wenn du gerade auf einmal überall hochkommst. Allein, ich meine, die Umsetzung und die Idee ist da. Ja, die Idee ist da. Das muss noch ein bisschen verfeinert werden. Das ist noch ein bisschen komisch. Ja, das kommt vielleicht im nächsten Fetch. Das rutscht auch nicht stark genug nach, das Getreide. Weil wir das in alle Ecke. Was denn, Daniel, ist das Leute, die helfen? Ich bin gleich fertig. Was denn, jetzt habe ich auch so einen großen? Du kannst ja gleich ein neues Feld machen. Feld 30. Feld 30. Da kann, ihr habt das Gerste wieder aufgeschmissen, ne? Ja. Dann schmeißen wir Weizen hier drauf. Weizen. Nein, Weizen. Feld 30. Feld 30? Oh, Feld 30 haben wir auch schon? Ja, natürlich. Wir haben so viele Bäume reingeschoben, jetzt ist wir... Alter, wir sind nicht richtig. Wir sind nicht richtig. Wahnsinn. Wir sind ja voll die Maschinen hier. Auf Feld 29 mache ich dann auch gleich hier Weizen, ne? Haben wir beim Release, ich glaube, zwei Tage gebraucht, oder so, ne? Das ist richtig effektiv hier. Ja, ich nehme mal ein bisschen an. Der Lagerwagen-Fahrer ist ja schon unterwegs. Dann kann ich da gleich rumsehen mit meiner Direktsappen. Äh, hier soll ich jetzt Weizen draufschmeißen, ja? Bist du schon wieder voll? Ja, kannst du auch gerne mit der Hand machen, das ist egal. Alles klar. Kauf mal dann gleich 50, äh, Kühe gleich, wenn ich mir etwa so habe. Und wie soll man die füttern? Mit der Gras. Mit der Gras. Nur mit Gras, das ist doch voll ineffektiv. Ja, Silage kommt ja noch, Alter, wir haben ja noch keinen Häcksler und cool. Äh, mal aufbauen. Oha. Wir sind in der ersten Schritte drei. Wir schieben nochmal Räume rein, denen läuft das. Boah, wie der schwimmt, ey. Das ist unglaublich. Gerade jetzt auch auf den Feldern. Ich könnte auch mal in der Inlandsicht sehen, das wäre auch geil. Musst du anders fahren, denn das ist nicht zu extrem. Da kann Kai dir nie von sehen. Ich finde den Hurley-Mann als Ladewagen echt geil. Das ist ein richtig kümmer Trecker. Hurley-Mann als Ladewagen. Als Ladewagenwagen. Das müssen wir immer so eine extra Nummer. Willkommen bei Deutsch mit Kai. Was sind das heißen, ne? Der Hurley-Mann ist ein echt geiler Ladewagen. Das ist A, ist der Hurley-Mann-Trecker und B, ist das... Ja, mit dem Ladewagen hinten dran, also. Achso, der Hurley-Mann ist ein guter Ladewagen-Trecker. Ja. Hab ich schon gesagt, dass... Wiss ich? Trieb's auf. Ja. Ich finde es eigentlich nur noch lustig, irgendwie. Weil Kai versucht, jetzt irgendwas zu erklären und dann alles durcheinander bringt oder so. Pure Action hier auf dem Feld. Ey, In-Ansicht schockt auch, ne? Richtig, wenn er so dreckig wird. Ja. Ja, ist echt heftig, auch mit dem Fenster und so, ey. Ja, mit den Spiegeln vor allem, das ist richtig geil. Spiegel? Ja, wobei, ich bin schade, dass... Hast du noch nicht gesehen, dass die Spiegel funktionieren? Bei mir funktionieren die nicht. Na klar. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch low gestellt. Na lo-go. Das verstehe ich. Ja, logo. Na logo. Das werde ich auch nie verstehen, ey. Das einzige Spiel, was ich nicht auf high spielen kann, ist das, ey. Ich kann Battlefield, alles auf high, aber... Das geht nicht genau, das... Das geht nicht, ey. Ich spiele ultra, ultra, alles high. Ja, alles, egal was... Ja, wenn ich einen neuen Rechner habe, dann... Timo, ich guck, wenn ich da bin, guck ich mal... Wenn er mal vom Apfel runterkommt, da... Da wollte ich gleich nach der Aufnahme mal nachgucken. Das ziehe mir gerade wieder ein, was ich heute eigentlich den ganzen Tag machen wollte, aber irgendwie nicht geschafft habe, weil ich irgendwie andere Sachen gemacht habe. Bin wieder an einer YouTube-Katzen-Videos-Schleife hängen geblieben. Ah, Katzen-Videos. Dreibeinige Katzen, oder? Nein, nein, war alles von... Ich habe erst mit Lontier angefangen, dann bin ich irgendwann bei Fendt gelacht, dann kamen Katzen, dann habe ich irgendwie Hochsilo was angeguckt. Ja, also ganz komische... Ich kann ja mal den Verlauf gleich mal durchgucken. Ich hätte genau erzählt. Boah, das ist auch Racki, hier, ne? Da ist der Höhenwann-Ladewagen. Tja. Ich würde das mal leer machen, hier, sonst... Ja, fahr da eben hin. Er kann keiner den Höhenwann-Ladewagen noch ein bisschen gesprungen. Ach, er ist schon wieder voll hier, oder? Ja. Ja, wir sind voll effektiv, Alter. Das ist ja... Bleib stehen, bleib stehen! Ja, bleib stehen, ey! Na jetzt. Stopp, stopp, stopp. Wir kriegen's noch hin. Ja, klar. Was sagt denn der Timer? Der Timer sagt 15 Minuten. 15, ja. Wir sind ja schon am Ende. Schon wieder? Leider. Würde ich sagen, wir enden das hier doch einfach, oder? Ne. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Soll ich mal kurz sagen, wie wir den Sendeplan zusammengestellt haben, kurz am Ende? Ja, klar. Komm schon, bitte. Das habt ihr in der dritten Folge? Ja, ist ja egal. Aber wir bringen jetzt am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag das geile Projekt hier mit einem Mann zusammen. Und jeweils um 19 Uhr wird das online gehen. Und ja, dann habt ihr, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wann das Projekt da ist. Geil. Und das gute war, jetzt wurden wir mal wieder die belohnt, die bis zum Ende gucken. Genau. Genau. Immer die wichtigen Informationen kommen immer am Ende, also merkt euch das, Leute. Ja. Das ist Taktik, das ist immer so. Das Schöne ist, ich verspreche schon, das passt so halbwegs, weil man vergisst voll die Zeit beim Zocken. Ja, ist echt so. Ja, das ist beides so. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, schaut bei jeweils anderen vorbei auf den anderen Kanälen, die Links sind, wie gewohnt unten in der Videobeschreibung, bei jedem Vertreten. Und ja, wollt ihr noch was sagen? Endlich, Feierabend. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao mit O. Ciao.